so dieses video wird für einige eventuell absurd klingen und für die anderen eine bestätigung sein und vielleicht wieder andere ganz neutral lassen das video mache ich da es mir häufiger passierte dass ich wenn ich nur an etwas denke dann im nächsten moment ein video dazu sehe oder jemanden darüber reden höre das ist aber seltener weil ich bin nicht so oft unter den leuten und dann ist es egal wo ich dann hinswitche entweder bei tik tok bei youtube oder wo auch immer es verfolgt mich mein gedanke es ist zu erstaunlich daher mache ich jetzt das video manchmal fühlt es sich für mich so an als ob zwei leute in einem leben nicht in gut und böse aufgeteilt das eine ist der freie wille und das andere die seele die seele ist das bewusstsein und das ego ist der freie wille doch du hast recht es ist auch irgendwie wie gut und böse deine oder auch meine oder unsere aufgabe ist es die beiden zu vereinigen so dass sie miteinander agieren wie du es im außen siehst ist es aus dem gleichgewicht geraten es hat nur mit dir zu tun oder mit mir dazu später mehr wenn du eingaben bekommst dass du und das wort liegt auf du dass du der außerwählte bist dann bedenke dass du auch alle anderen bist ja es gibt nur dich das ist erstmal schwer zu glauben doch höre her du bist die anderen und die anderen sind du wie du bist das erfährst du durch die anderen natürlich haben die menschen auch die lust das böse auszuprobieren weil wir sind in der dualität daher kam das chaos doch wir helfen uns gegenseitig nun es gibt die synchronizitäten was gedacht wird erscheint daher denke an das was du erschaffen willst du siehst die welt so wie du sie sehen willst du erschaffst und das kommt dann in dein leben wenn du etwas ablehnst lehnen es andere auch ab wenn du eine positive einstellung hast begegnete leute mit ebenfalls positive einstellung wenn du wütend bist begegnen die andere die wütend sind wenn du das leben liebst dann begegnen die andere dieses leben lieben wenn du mutig bist dann du weißt jetzt anziehung oder abstoßen wie magnete das kollektiv bist du und doch sind es die anderen du bist alles wenn du ausreden findest dann willst du es nicht wahrhaben wer du bist dann übe noch wenn du verstehst dass du alles bist na was bist du dann dann bist du die schöpfung selbst du bist so genial dass du alles erschaffen hast und weiterhin alles erschaffen kannst bis ins kleinste detail nur du selbst bist ein hindernis das hindernis was ich meine du verlässt dich auf meinung anderer du verlässt dich darauf dass andere für dich handeln du verlässt dich darauf dass andere dein leben leben du bist jedoch alleine dein schöpfer das ist gemeint wenn du eingebungen bekommst dass du der außerwilde bist dann fragst du dich wie soll ich das alleine schaffen du bist nicht alleine und doch bist du es wir sind alle der außerwählte jeder in seiner art es wird von der gegenseite auch so dargestellt dass der antichrist kommt damit sollen wir meinen dass wir nur einen anbeten sollen bete dich an du bist es und doch sind es die anderen auch wir sind es dieses entsprechende bewusstsein dafür haben natürlich sollten wir uns zusammenbringen doch es funktioniert auch in gedanken durch telepathie es muss geschult werden lache und alle anderen lachen mit denke an den sieg und alle anderen denken auch daran es ist sehr wichtig was das kollektiv denkt wenn du allerdings stets denkst was die anderen machen dann hältst du dich damit auf jeder hat seine programmierung und handelt danach die gewissheit macht es aus dass es so kommt du bist regisseur und schauspieler zugleich natürlich danken wir auch den ganzen nebendarstellern den npc sie machen das spiel spannend auch wenn sie ab und an zu viel sind doch wenn du verstehst dass du alle bist dann wartest du nicht dann machst du einfach was du für richtig hältst ohne daran zu denken was würde der andere machen oder denken was würde der andere sagen und so weiter ich weiß es ist sehr komplex zu verstehen mit altem leid und dem krieg da draußen die anderen sind du und damit es spannender wird auf der erde haben alle ein eigenes bewusstsein das mit dir verbunden ist du steuerst die anderen und die anderen steuern dich zugleich daher daher verstehe jetzt alles was du denkst siehst und tust in deiner umgebung ist dein leben wie du es dir vorstellst du siehst nie alles im leben du siehst nur das wo du dich gerade bewusst aufhältst du hörst es von anderen du bekommst bilder nachrichten von anderen orten menschen daher weißt du was noch so alles existiert ein in der wildnis und in einem fern abgelegenen ort lebender mensch der weiß nichts von den problemen da draußen wie wir es kennen er hat sein leben in der wildnis mit seinen gefahren und macht seine erfahrungen verstehst du was das bedeutet es gibt mehrere leben auf dieser erde die ein völlig anderes leben haben als du oder ich wenn du bewusst in ein anderes land fährst dann weißt du es da du es vorher im internet auf fotos im fernsehen oder von anderen gehört hast du wusstest es nicht hättest du es nicht vorher gehört oder auf bildern gesehen und doch wirst du es anders wahrnehmen wenn du in dieses land bist als ein anderer wenn du das leben noch nicht hast wie du es haben willst dann übe noch bist du dein volles potenzial entdeckt du fühlst dich nur manchmal alleine weil du nun mal nur du bist daher bist du hier auf der erde um dich mit den anderen nicht mehr alleine zu fühlen und damit das spannender wird hast du dies alles erschaffen alles bis ins kleinste detail alles durchdacht du lebst schon ewig du hast alle bücher geschrieben alle filme gedreht alles was dahinter steckt du bist genial mit allem ich weiß es hört sich verrückt an ist es jedoch nicht alles ist wahr und doch wieder nicht für die anderen die haben ihre welt geschrieben daher gibt es kein richtig oder falsch es ist alles richtig auf seine art auch das woher du kommst hast du geschrieben oder programmiert das ist dein leben hier und jetzt du bist ich ich bin du und wir sind alle und doch denke stets daran dass jeder sein eigenes bewusstsein hat das zwar alles aus uns kommt doch es hat sich eine art eigenleben eingeschlichen durch den freien willen das was als spannend gelten sollte in diesem abenteuer spiel matrix oder wie auch immer du es nennen möchtest hat sich sozusagen weiterentwickelt auf ihre art und immer dann wenn etwas ins ungleichgewicht gerät dann muss es wieder in die ordnung zurück und das geht nur mit zusammenbrechen des alten daher die ganzen resets die es schon vor unserer zeit gab aber wir sind ja ewig wir erinnern uns nur nicht daran die gegenseite macht es auf ihre art das gleichgewicht wieder herzustellen das ist nur nicht so im sinne der anderen seite wenn du das verstehst dass du auch das negative mit allen ihren ausmaßen entstehen hast lassen dann fällt es dir auch leicht all das zu erkennen für was es nützlich ist oder war die endzeit ist da weil du dieses chaos nicht mehr ertragen konntest weil es aus dem gleichgewicht kam mit den vielen gedanken guten und schlechten jetzt willst du es wieder in die eine oder in die andere richtung bringen ja es ist ein kampf wenn dann alles wieder in seiner ordnung ist kann leicht wieder das gefühl der langweiler entstehen daher die resets und ja du wir üben noch um es nächstes mal noch perfekter zu machen ist dir nicht aufgefallen wie alles ineinander verwoben ist wie du dich in anderen wiedererkennst wie andere menschen sich in dir spiegeln wie du zeichen für dein vorwärtskommen bekommst wie alles absurder wird weil wir es noch nicht verstanden haben dass wir alles erschaffen können merkst du es nicht jetzt verstehe ich auch warum ich mich mit allem verbunden fühle mit den guten und mit den schlechten was es hier gibt mit der natur und den tieren jetzt verstehe ich warum ich fühle was andere fühle jetzt verstehe ich warum ich selbst gespräche führe jetzt verstehst du oder du verstehst das wenn du bereit bist das zu verstehen und dann weißt du wer du wirklich bist bis dahin spielen wir sozusagen mit uns selbst es ist jeder anders programmiert um dass wir abwechslung haben es wäre schlimm wenn wir alle gleich programmiert sind und alle dieselbe mission hätten und alle dieselben aufgaben und alle dasselbe erleben würden es wäre langweilig wir lehnen ab oder ziehen an doch ist es nicht genial wie alles in filmen in spielen in musik in zahlen in symbolen und in vielem mehr was da alles versteckt ist ein spiel ein rätsel abenteuer matrix oder wie auch immer du es nennen möchtest erkennst du die gesamtheit die einheit die genialität und wenn du jetzt lachst dann bist du frei frei dein leben zu leben wie du es möchtest die beschränkungen sind weg lache sie weg fühlst du es doch pass auf du kannst jederzeit zurück ins spiel ins abenteuer in das rätsel um es weiter zu erfahren als dein risiko oder du hast dein leben so wie du es hast und gern hast und dann nur noch beobachter sein möchtest deswegen ist jeder anders programmiert und dass wir abwechslung haben wir sind elektromagnetische wesen einheiten in einem menschlichen körper in verbundenheit mit allen